Ein schönes Mädchen kommt in ein Schloss, in dem ein Ungeheuer zu Hause ist und wird dort gefangen genommen. Nach und nach lernt sie das Tier jedoch näher kennen. Nach vielen Höhen und Tiefen, unzähligen Gesprächen und vielen Tränen, stellt die Schöne schließlich fest, dass sich hinter dem schrecklichen Aussehen ein wertvoller Charakter verbirgt. Und es kam, wie es kommen musste. Die Schöne verliebte sich in das Wies. In dieser Geschichte, so wie im echten Leben, sind solche Situationen von vielen Emotionen und Gefühlen geprägt, die das Leben von Männern und Frauen oft beeinflussen. Oftmals, meine Damen und Herren, sollten wir alle versuchen, Oberflächlichkeiten, welche uns tagtäglich begleitend abzulegen und genauer hinzusehen. Jeder kennt es. Eine fremde Person begegnet uns zufällig am Badenhof oder beim Einkaufen. Und sofort kommt uns in den Sinn. Wie sieht der denn aus? Was hat denn der für ein miesgelauktes Gesicht? Oder was trägt denn die für ein außergewöhnliches Kleid? Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass wir andere Menschen oftmals in nur wenigen Sekunden nach dem Äußeren beurteilen und in eine Art Schublade stecken. Unserem Gegenüber geben wir dabei keine Chance, uns zu zeigen, was für eine Art von Person diese eigentlich ist. Die Schöne lässt dies versinnbildlichen in der Geschichte, dass unser erster Eindruck nicht über Rückschlüsse auf den tatsächlichen Charakter einer Person zulässt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns in unserem Alltag öfter über den eigenen Schatten springen. Denn so können Vorurteile, die man zuvor von einer Person hat, schnell abgelegt werden. Gute Unterhaltung mit The Beauty and the Beast und dem Musikverein Jürgen Hohentingen. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aplausos 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 Aplausos